Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Als ich noch jung war und nicht über 30, habe ich lange bei Edeka gearbeitet. Und da lernt man vieles über Obst und Gemüse. Aber man lernt auch, dass die Kuh ein Tier ist. Und passend dazu haben wir einen deutschen Film gesehen, den wir gemeinsam besprechen möchten. Und mit wir meine ich zum einen den lieben Till. Moin. Und Ladies in diesem Fall nicht first. Grüß dich, Schlogger. Mo. Jeder kennt sie. Die meisten lieben sie, sei es jetzt wegen Milch oder sei es wegen Fleisch. Aber wegzudenken ist die liebe Kuh ja nicht mehr aus unserem Leben. Dieser Film behandelt eben ein sehr interessantes und auch zeitloses Thema. Worum es genau geht, da möchte uns jemand aufklären. Wer von euch beiden macht das? Ich mache das gerne. In dem Film geht es darum, dass einem Schlachthofbetreiber Schlachtabfälle in seinen Vorgarten gekippt werden. Der ist dann natürlich dementsprechend angepisst und erstattet Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei. Er möchte am liebsten noch gleich wegen Terrorismus hier irgendeine Anzeige raushauen. Und das setzt dann etwas in Gange. Und zwar werden die Polizisten dann ziemlich viele Leute verhören. Und der Film setzt sich zusammen aus den ganzen Interviews, die wir dann mitbekommen. Also erst im Schlachthaus und dann eben auch andere Spuren, die sie nachgehen. Also einfach eine Aneinanderreihung an Interviews. Und dazu gibt es noch eine ganz kleine Mini-Rahmenhandlung von einer Journalistin, die dann so eine Nebenspur noch verfolgt. Ja, klingt auf jeden Fall interessant, würde ich sagen. Also so Ermittlungen, das ist ja etwas, was die Deutschen eigentlich gut erzählen könnten. Sowohl in Serien als auch in Filmen. Von daher könnte das theoretisch gut funktionieren. Und das Ganze ist ja so als Satire, als Komödie aufgebaut. Weniger als Thriller. Mich würde jetzt erst einmal interessieren, was ihr generell von der Idee haltet. Von dem Stil, wie der Film aufgebaut und erzählt wurde. Also man sieht es ja im Trailer direkt, wie der funktioniert. Ich habe es ja auch gerade in der Synopsis angedeutet. Das sind eigentlich nur, bis auf die Rahmenhandlung und diese kleine Journalistin-Szenerie, nur aneinandergereihte Interviews. Und das fand ich im Trailer ganz interessant. Mir war aber trotzdem nicht klar, dass die ganzen 90 Minuten so ausgefüllt werden. Deswegen als Idee, Grundidee fand ich es interessant. Aber ob es mir für den ganzen Film gereicht hat, dann werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen. Irgendwie vom Trailer her habe ich mir das fast schon gedacht. Ich weiß es nicht. Also natürlich bin ich deutlich schlauer als ihr, aber das möchte ich da. Nein, ich weiß nicht. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir auch, ja, das ist so ein typisches, fast schon so mockumentary-mäßiges Interview-Ding, dachte ich mir. Und weil ich das Thema eh ganz interessant finde, je nachdem, also ich bin eher auf der Fleischseite und deswegen finde ich es immer ganz interessant, wie heutzutage das Ganze so aufgeschlüsselt wird. Das ist ja ein schwieriges Thema. Man darf ja auf beiden Seiten nichts Falsches sagen. Definitiv. Da wird es mal sehr schnell sehr hitzig, wenn du ein falsches Wort sagst. Ich persönlich muss sagen, die Idee an sich hat mir auch gefallen. Und aus dem Trailer konnte ich nicht richtig auslesen, ob der ganze Film jetzt eben so aufgebaut sein würde oder nicht. Aber grundsätzlich finde ich die Idee ziemlich interessant und umgesetzt, muss ich zugeben, wurde es eher so mittelmäßig bis überdurchschnittlich. Also ich kann zumindest mal so viel vorwegnehmen, dass ich an manchen Szenen solide unterhalten wurde. Ich musste selten, aber gelegentlich lachen und von dem her war die Umsetzung nicht schlecht, aber auch nicht so richtig gut in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Till? Ich fand es durchweg eigentlich ganz unterhaltsam. Also es ist jetzt nicht so ein High-Class-Super-Film, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie zwischendurch nicht aufgepasst habe oder mir das Handy geschnappt habe. Gut, das mache ich bei Filmen sowieso meistens nicht, aber ich wurde nicht doll abgelenkt und konnte das eigentlich über die, wie lange geht der Film, 80 Minuten, eigentlich ganz gut genießen. Okay, Schlogger? Ich fand es recht eintönig. Obwohl wir hier verschiedene Seiten gezeigt bekommen sollen, fand ich irgendwie, ging es mir recht bald auf den Sack. Und vor allem, man sieht es ja schon im Trailer, ich meine, da ist eine Satire. Das heißt, der hat ja auch sehr überspitzte Positionen wahrgenommen, aber die waren mir manchmal, irgendwie mich hat es persönlich genervt, dass die so überspitzt dargestellt waren. Das ist jetzt wahrscheinlich sehr subjektiv, weil es eben eine Satire ist, aber ich habe da nicht ganz greifen können, was der Film denn erreichen will. Also ich habe mich vorher informiert, ich weiß, was der erreichen will. Ich weiß, dass der von einem Tierschützer-Standpunkt aus erzählt werden will und auch so verstanden werden will. Aber irgendwie hat das sein Ziel für mich nicht erreicht. Und da kann ich auch gleich sagen, ich versuche selber, soweit es geht, vegan zu leben tatsächlich. Und vielleicht ist man da besonders kritisch und denkt sich, oh nee, jetzt mach doch nicht hier so eine rein, die sich von Licht ernähren möchte. Und das ist doch total gegen die Position, aber das haben sie auf der anderen Seite auch gemacht. Nur hat es mich deswegen vielleicht noch ein bisschen mehr genervt, weil ich dachte, kann man das nicht, also irgendwie war für mich da nichts drin, was jemanden, der sich nicht vegan ernährt, irgendwie überzeugen würde. Ja, da hast du mir jetzt einen Punkt vorweggenommen. Da wollte ich nämlich noch drauf eingehen, wie ihr zu diesem Thema steht. Sorry. Nee, alles in Ordnung. Also da sind wir ja auf dem richtigen Weg, weil wir ja sowieso drüber sprechen wollten. Denn ich bin da ganz bei dir. Ich wusste nicht so richtig, was will mir dieser Film jetzt wirklich sagen. Weil im Voraus, wie du gesagt hast, ist klar, aus welcher Sicht dieser Film gedreht wurde und was die Macher damit bewirken wollten. Aber wenn man den Film für sich betrachtet, dann konnte man in meinen Augen nicht richtig rauslesen oder raushören, was da die Botschaft dahinter sein soll. Und um meinerseits noch kurz Stellung zu beziehen, ich persönlich, wie gesagt, habe lange Zeit bei Edeka gearbeitet. Ich liebe Lebensmittel und ja, da gehört das Fleisch dazu. Das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Du, Till, deine... Ja, wie ist es? Ja, Till hat es ja schon angedeutet, dass er Fleisch ist. Mich würde noch kurz interessieren, bevor wir es vergessen, dass du dann nachher kurz erzählst, ob du dann auch an der Fleischtheke gearbeitet hast und wie dann deine Sicht dann konkret da drauf war. Aber jetzt, sorry Till, wolltest du dazu noch was sagen zu Fleisch und vegan? Also bei uns ist es so, dass wir alle gerne Fleisch essen. Allerdings ist es immer mehr so, dass wir auch gucken, dass wir nicht den letzten Schund aus der Billigecke nehmen, sondern schon so ein bisschen darauf achten, wo es herkommt. Gerade auch bei Eiern. Ganz, ganz wichtig. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Da kaufen wir nur regional, wenn ich die Hühner auch sehen kann, wenn ich durch die Dörfer fahre. Aber an sich, ich muss einfach sagen, dass ich so gerne Fleisch esse und es schmeckt mir so gut. Und dazu kommt noch, was absolut fantastisch ist. Ich habe einen Kollegen, der hat neu angefangen bei uns und der ist Jäger. Und der, bei dem weißt du, das was du kriegst, kriegst du direkt aus der Natur, weil nun mal gerade Wildschweine aufgrund von Schweinepest und so, da muss die Population noch mal eingedämmt werden. Da führt kein Weg dran vorbei und dahin orientieren wir uns jetzt so ein bisschen, dass es immer mehr Fleisch ist, wo wir wissen, dass es den Tieren so gut wie möglich geht. Da habe ich, aber achtet ihr dann bei Produkten auch drauf, die Eier enthalten, wo die herkommen? Oder wie macht ihr das dann? Na, das wäre, glaube ich, zu krass. Ich glaube, da müsste man sich, soweit sind die, also es ist ja jetzt schon so, dass die Supermärkte wirklich das so regional wie möglich machen. Und ich glaube, es dauert noch, bis man das bei allen Produkten vernünftig machen kann. Das wäre aber der nächste Schritt tatsächlich, ja. Da musst du halt vegane Produkte kaufen dann. Genau, ja, es ist halt total, total schwierig. Also vegan wäre sowieso nichts für mich, vegetarisch machen wir sowieso total viel, weil man halt nicht, man ist ja nicht automatisch Vegetarier, nur weil man jetzt zwei Wochen lang kein Fleisch isst und wir essen halt auch viel ohne Fleisch. Ja, aber das, was du sagst, finde ich sowieso wichtig. Also es ist ja jetzt auch so, dass ich zum Beispiel, ich esse alles, bevor es weggeschmissen wird. Also es geht, ich habe jetzt nichts Moralisches, dass ich kein Tier essen würde. Und bevor hier jemand sein Steak wegschmeißt, dann esse ich das natürlich, weil ich das, ich auch, ich liebe auch Wurst. Bei mir ist es rein aus dem Massentierhaltungsaspekt her und deswegen Klimawandel, dass ich gesagt habe, okay, so wie du, ich würde auch Eier vom Hof kaufen. Ich bin schon ein bisschen vom Fleisch weg, dass ich das dann auch nicht mehr vom Hof kaufen würde, aber bevor es weggeschmissen wird, sowieso alles. Und dass ich eben drauf achte, einfach, wo ich nicht weiß, wo es herkommt, dass da kein Massentierhandel drin war. Und man sieht es ja im Film auch, dass da ganz viele Positionen möglich sind und auch alle, das ist ja das Gute, was der Film macht, er versucht, möglichst viele Seiten zu zeigen. Aber ich fand ihn dadurch sehr zerfranst und es war für mich so, als hätte ich eine Zeitung durchgelesen, wo jeder mal was sagen durfte, aber eben alle Seiten. Und dann war es so, ja, okay, weiß ich doch. War so Ziel. Ja, ja, das war. Das kenne ich doch. Genau, das fand ich auch. Und vor allem, ich habe mich, als ich den Film gestartet habe, dachte ich mir, oh, hoffentlich kriegen sie die Kurve, dass sie Fleischesser nicht alle über einen Kamm scheren, das sind alles Mörder. Ja, genau. Es war aber eher andersrum. Ich fand, die Nicht-Fleischesser, also Vegetarier oder Veganer, die fand ich deutlich überspitzter dargestellt. Sei es dieser Alt-Punk oder halt diese, was weiß ich, sonnenanbetende Lichtenergieverspeiserin. Gott, ja. Die war halt wirklich drüber, aber es ist krass gewesen, wie doch negativ und stark karikatiert, sagt man das so? Karikiert? Karikiert, keine Ahnung. Wie sehr die Nicht-Fleischesser tatsächlich doch schon fast so ein bisschen ins Lächerliche getrieben wurden. Ja. Hat mich überrascht. Und das hat ja dazu beigetragen, dass man eben nicht so richtig wusste, wo dieser Film jetzt genau hin will, was er sagen will und ja, es ist ein bisschen so Teil des Problems, finde ich. Obwohl es grundsätzlich ja zum Konzept als Satire passt, passt es nicht zur Botschaft und zum Hintergrund in meinen Augen. Mhm. Aber ist gut, dass es bei euch auch so ankam, weil ich war da schon ein bisschen verunsichert, ob ich schon zu lange nicht mehr bei Edeka arbeite und deswegen nicht durchblicke. Ja, also es waren, ich glaube, es waren ja auch Zwischentöne drin, aber die wurden so überlagert von den total überzogenen Figuren. Also jetzt ein Zwischenton wie, es gibt ja auch den einen Schwarzen, der dann auch sagt, er hat sich niemals vorstellen können, warum Leute sich nur von Sojabohnen ernähren und das wird auch im Trailer gezeigt. Aber im Film selbst kriegt er dann ja die Kurve und sagt, er hat sich dann darauf eingelassen und sich damit befasst, weil er dann verstanden, warum das so ist und dass es auch funktionieren kann. Ja, stimmt. Was mir in Erinnerung geblieben ist, sind tatsächlich die Putzfrauen. Da musste ich persönlich am meisten lachen. Deswegen werde ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen, was das war, aber da muss ich zugeben, musste ich gut grenzen. Das hat mir dann doch ziemlich gefallen und ansonsten fand ich an dem Konzept halt eben gut, dass durch diese vielen Blickwinkel eben auch für genug Abwechslung gesorgt wurde. Das war nicht irgendwie so eintönig, sondern man hat alle mal zu Wort kommen lassen und dadurch eben auch verschiedene Einblicke in die Abläufe bekommen, wo eben was schief gehen könnte, wo was schief gegangen ist, weil da sind ja viele Schritte, bis das Fleisch verarbeitet ist und da ankommt, wo es am Ende landet, in der Theke. Und um deine Frage nochmal kurz aufzugreifen von vorhin, ja, ich war auch in der Metzgerei vorübergehend. Als dort Not am Mann war, hat man mich nach hinten geordert und ich als Jungspund war da erst einmal ein bisschen so Feuer und Flamme, weil das eine neue Erfahrung für mich war. Und ich bin ein neugieriger Typ, man lernt nie aus, das ist so meine Arbeitsmoral und ja, ich hatte da, weil ich noch jung war, noch nicht so den Gedanken rund um das Thema Vegan und Fleisch und Tier. Man hat halt seine Arbeit gemacht, man liebt Fleisch, man macht es einfach. Das einzig Schlimme an der Metzgerei waren die Kunden, aber das ist ein anderes Thema. Entschuldigung, aber ich bin ja auch Kunde. Haben wir jetzt gerade ein Problem oder? Ich glaube, du gehörst nicht zu der Kategorie. Alles klar, okay. Aber ihr habt da keine ganzen Tiere zerlegt, oder? Also Edeka hat ja keine richtige Metzgerei, nur so, dass da Stücke noch kleiner gemacht werden. Genau, richtig. Da wird alles fertig angeliefert und wir tun das dann einfach nochmal final zubereiten, also einzelne Scheiben, Stücke. Ja, das fände ich auch super spannend. Ich würde auch gerne wissen, ob ich ein Tier töten kann erstmal und dann, ob ich es zerlegen könnte. Vor allem, wenn es ums Überleben ging, würde ich das auf jeden Fall machen. Und auch für mein Gewissen, ich habe es neulich nicht mal, also neulich länger her nicht mal geschafft, ein krankes Huhn zu töten und das hätte ja erlöst werden können. Ich habe auch mal in einem Restaurant gearbeitet in der Küche und da habe ich an so einer riesen Rindsleber, sollte ich die Adern rausschneiden und ich fand das irgendwie ziemlich geil, weil sich das so tierisch angefühlt hat. Also ich bin da auch nicht dagegen, will ich damit nur sagen. Ja. Es geht mir wirklich nur um dieses Übertriebene, dass wir uns halt als, weil wir halt einfach so viele sind, rein manövriert haben und das ist dann halt immer, sieht man ja in dem Film auch, dass da halt Methoden angewendet werden müssen, in Klammern, weil man sonst der Nachfrage gar nicht mehr gerecht werden kann. Und das, finde ich, sehe ich halt problematisch. Aber ja. Genau. Vielleicht macht der Film ja genau das, er will einfach verschiedene Seiten zeigen und eben auch die Schlachterseite da eben auch eindeutig zeigen, was da nicht so ganz koscher ist. Ganz koscher. Genau, so wie wir es tun oder nicht ganz halal, sagen sie ja im Film auch. Ich muss ja an den Film denken. Es gibt ja einen Film, der heißt so. Nicht ganz koscher? Gibt es da auch um Fleisch? Es geht auch um Essen unter anderem, aber nicht hauptsächlich. Okay, ja. Genau. Bei dem Film, ich habe hier noch ein Zitat gefunden, da meinten die, ein Kritiker hätte sich gefragt, wie viel ungewöhnliche Filmsprache ist erlaubt? Also habt ihr den Film so als, gab es für euch da coole Sachen in der Inszenierung? Coole Sachen? Ja, irgendwas Herausragendes? Also das ist nicht einfach nur Kamera drauf und fertig, sondern war da irgendwas, woran ihr euch erinnert dabei? Das Einzige, was ich da noch erwähnen würde, ist vielleicht das Thema Musik, weil da habe ich dann nämlich beim Recherchieren gelesen, dass es halt eben ein einziges Musikstück ist, das ohne Unterbrechung im gesamten Film läuft. Und das ist mir im Voraus erst gar nicht so richtig aufgefallen, aber dann im Nachhinein, als ich nochmal kurz das Ganze durchgegangen bin, ist mir aufgefallen, ja doch, ist tatsächlich so. Hat man auch nicht bei allen Filmen, ne? Das stimmt. Das, was man im Trailer sieht, dieses Jazz-Schlagzeugstück? Genau. So ein bisschen? Ah, okay. Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Aber das ist ja, wenn es nicht auffällt und im Hintergrund düdelt, ist das doch dann auch ganz angenehm, wenn es nicht so penetrant ist, das ist schon okay. Manchmal positiv, manchmal negativ, das hängt vom Film ab, hier hat es gepasst. Das stimmt. Ja, und ich fand, das ist ja ein deutscher Film und wir selber sagen ja immer, für einen deutschen Film, was ich immer schwierig finde, aber ich sage es trotzdem, für einen deutschen Film sind die Dialoge auch gar nicht so, ähm, gar nicht so theoretisch und, ähm, ja, wie abgelesen. Ne, dieses typisch deutsche, ähm, du sprichst, ich spreche und wir machen das alles so ein bisschen, entweder ein bisschen drüber oder ein bisschen hölzern, das fand ich eigentlich ganz, ganz okay, muss ich sagen. Ja. Ja. Nicht zu vergessen den, ähm, nicht ganz oldboywürdigen, äh, Twist, ne? Nicht ganz oldboywürdig. Nicht ganz, nicht ganz. Ja, stimmt, das war für mich ganz nett, dass sie da eben dann doch noch irgendwas anderes als nur diese Aneinanderreihung reingebaut haben. Ja. Das war, fand ich ganz gut. Ja, das hat den Film auf jeden Fall gut getan und dafür gesorgt, dass ich ihn in Summe doch gelungen fand, also nichts, was man unbedingt gesehen haben muss, aber ich finde, das ist durchaus etwas, was man sich für 81 Minuten mal, ich will nicht sagen, antun kann, das klingt so negativ. Was man sich 81 Minuten lang mal anschauen kann, da macht man jetzt nicht so viel falsch und würde ich eher empfehlen als ein Til-Schweiger-Film. Definitiv. Das ist definitiv, ja, und vielleicht schaffen wir es ja, das ist ein Aufruf an die Leute da draußen, dass wir bei Letterboxd die Zehn knacken, weil mit Schlogger und mir haben den bei Letterboxd neun Leute gelockt. Oh, krass, okay. Der ist ja noch nicht, der ist ja zum Zeitpunkt der Aufnahme im Mai, also der ist letztes Jahr beim Filmfestival gestartet im Mai 2023 und der deutsche Kinostart ist offiziell auch erst am 16. Mai, also da hat man dann auf jeden Fall die Gelegenheit, wenn man ihn sehen möchte und das Kino dann zeigt, dass man sich da ein eigenes Bild von macht und kann man auf jeden Fall tun in meinen Augen. Ja, ich bin gespannt, das ist wirklich, das wird doch niemand gucken, oder? Ich glaub's nicht. Also das ist schade drum. Mir ist eben die Zielgruppe nicht ganz klar, ja. Ja, genau, genau. Finde ich auch schwierig. Aber es ist eben, okay, wer sich damit gern befassen möchte, warum wir Menschen immer noch Fleisch essen, was Leute da dann sagen aus dem Schlachtereibetrieb und eben auch in Anführungszeichen normalos und dann eben die eher Extremisten in die Richtung, ja, der kann sich das ja gerne anschauen. Ich fand ihn auch, ich meine, es klingt ja raus, ich fand ihn auch, also ich fand ihn, ich wusste nicht warum. Ich hab mich gefragt, was hab ich jetzt davon, dass ich den gesehen hab. Aber kann auch daran liegen, dass ich schon Vorwissen mitbringe, weiß ich jetzt nicht, als hauptsächlich pflanzlich ernährender Mensch. Darf ich ganz kurz nochmal ins Private gehen? Klar. Du hast ja, hast du Kinder? Sprichst du über Kinder? Gut, alles klar. Wie machst du das da? Die essen in der Kita ganz normal, was es da halt gibt. Und da ist so, da gibt's vegetarisch einmal Fleisch und einmal Fisch. Und bei den anderen Sachen, weil man natürlich noch mehr Schiss hat, wenn man Kinder hat, dass man da was falsch macht, da hab ich mich dann informiert und ich ergänze B12, weil das ist ein Nährstoff, der im Dreck drin ist und den kriegen alle eben nur über die Tiere, weil wir einfach keinen Dreck mehr fressen wie früher. Und dann kann man eben, also die Argumentation der Veganer ist, warum soll ich den Umweg übers Tier nehmen, wenn ich es auch direkt zuführen kann. Und dann gibt's ja noch so Punkte wie Vitamin D oder eben wie Omega-3-Fettsäuren. Und dann versuche ich halt Lebensmittel da zu haben, die da besonders drauf, die da besonders reichhaltig sind und auch irgendwelche Sachen zu fördern, die die Aufnahme fördern. Aber ich mache mir da eben, ich erleichtere mein Gewissen dadurch, dass die Kinder in der Kita ganz normal essen. Und wir reden, die dürfen auch gerne essen, was sie wollen. Denen wird überhaupt nichts verboten. Ich und der Vater der Kinder, der lebt vegetarisch und da sprechen wir auch ganz offen drüber und sie dürfen das später selbst entscheiden. Ihnen wird gar nichts verboten, wenn sie gerne Wurst kaufen, dann sage ich manchmal, okay, jetzt kaufe ich es euch oder nee, ich möchte gerade nicht, weil ich möchte lieber die kaufen. Und wegen eben, ob die dann gesund aufwachsen, da habe ich mich eben bei den kritischen Nährstoffen dann informiert und würde dann auch, wenn sie älter sind, dann auch Bluttests mal machen, um zu gucken, wie denn der Stand da gerade ist. Okay, das klingt sehr aufgeschlossen. Ja, weil meine Tochter fragt nämlich auch, nicht regelmäßig, aber immer mal wieder und die Tendenz ist, dass sie vielleicht in den nächsten Jahren zu Vegetarierin werden könnte. Finde ich ganz interessant. Aber wie du sagst, ja, aber wie du sagst, sie kann ja vegetarisch hauptsächlich sein. Ja, ja, genau. So mache ich es auch, also ich würde immer sagen, hauptsächlich vegan oder pflanzlich, aber manche Süßigkeiten, die sind halt nicht vegan oder dass ich eben auch Fleisch esse, bevor es weggeworfen wird oder keine Ahnung, wenn an Weihnachten das sowieso gekocht wird und ich dann gerne das vegane und das Fleischessen von meiner Mutter probieren möchte. Da finde ich aber, muss man auch nicht so schwarz-weiß sehen und darf das, sollte das auch nicht und diese Absolutismen, in denen dann gleich gedacht wird und so, okay, wenn du nicht, wenn du vorher jeden Tag Fleisch isst, dann ist doch schon ein Gericht ohne Fleisch, ist doch schon ein Riesenstep und sollte gewürdigt werden. Und ja, aber jetzt weiß ich nicht, wo ich drauf hinaus. Ist doch egal. Ich finde das gut, dass wir uns so in den Graustufen bewegen, nicht schwarz-weiß. Ja, auf jeden Fall. Alles andere ist doch auch gar nicht Mensch. Finde ich auch. Sehr schön. Wenn man es auch noch dann so. Nee, ich habe euch da zugehört und habe da nicht dazwischen gefunkt, weil ich im Grunde, ja, eurer Meinung bin, dass wenn man es macht, dann sollte man das so machen und nicht eben so diese sture eine Linie. Da gibt es, denke ich, auch andere Wege, so wie ihr es macht. Ja, das stimmt. Ja, und vor allem andere akzeptieren dann einfach und zu sagen, du machst es so oder wenn es mich interessiert, höre ich mir auch gerne an, was deine Argumente sind, aber es ist ja auch ein Prozess für jeden. Ja, das stimmt. Nee, gut. Das stimmt. Hier noch ein kleiner Funfact. Omega-3-Fettsäuren und Moment, es gibt nämlich einen Nährstoff, den man über Fische sich zuführen soll und das kriegen die Fische auch nur über die Algen. Also die kriegen das nicht, weil es im Fisch drin ist, sondern weil die Fische es eben selber über die Algen essen und da kann man auch sagen, ja, okay, dann kann ich es auch gleich. Ja, das haben wir ja so in dem Sinne noch gar nicht angesprochen. Die Tiere, das Fleisch, das ist ja ein bisschen so der Bote mancher Vitamine, um das mal so zu sagen. Wir nehmen ja manche Vitamine über die Tiere auf, obwohl sie nicht im Tier selber stecken, so wie du es gerade gesagt hast mit dem Fisch. Ja, weil sie zugefüllt werden. Genau, richtig. Also von dem her ist da ja durchaus ein bisschen mehr dahinter als einfach nur Fleisch und fertig. Das stimmt. Andererseits könnten wir natürlich auch einfach, wenn wir krank sind, können wir auch einfach Fleisch essen, weil da sind ja eh auch genug Antibiotika drin. Ja. Also Fleisch macht gesund, das ist die Quintessenz. Dann werde ich es nächstes Mal. Ja, oder wir warten, bis die ganzen veganen Ersatzprodukte dann auch mit Antibiotika vorgestopft werden, damit sie so schmecken, wie es original ist. Ja, das finde ich gut. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Apotheke Fleisch verkauft, wenn es gesund ist. Das wäre auch was für eines. Alles klar. Ja, das ist die Mission Tele-Stammtisch. Das ist doch super. Nee, sehr gut. Also. Gibt es eurerseits noch etwas, was ihr zu dem Film sagen möchtet? Nö. Nein, ausgequatscht. Außer das ist wichtig, falls ihr nach dem Film googelt, das Q wird als Buchstabe geschrieben. Nicht wie die Kuh. Ja, richtig. Aber steht ja im Titel des Podcasts. Was rede ich denn? Richtig. Korrekt. Nee, gut. Dann würde ich meinerseits auf jeden Fall schon mal einen Schlussstrich ziehen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Danke auch an die Zuhörer. Und findet ihr, wie der Kollege immer sagt, überall, wo es Likes gibt. Dann möchte ich euch beiden das Wort übergeben und sage ein letztes Mal Danke. Alles klar. Danke dir. Und wir hören uns beim nächsten Podcast. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammfisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.